Neulich bin ich über ein neues Sci-Fi-Rollenspiel gestolpert, welches ich euch in aller Kürze hier in diesem Video näher bringen möchte. Es geht um Dark Envoy, ein Sci-Fi-Rollenspiel, in dem wir in die Rolle eines Geschwisterpaares schlüpfen und die erleben dann ebenso das ein oder andere Abenteuer in dieser Sci-Fi-Welt. Achtet bitte in diesem Video ganz gespannt auch auf die Hintergrundmusik, denn diese stammt aus dem Teaser-Soundtrack zu Dark Envoy und mir gefällt dieser ganz, ganz besonders gut. Entwickelt wird das Ganze von Event Horizon, einem kleinen polnischen Entwicklerstudio mit vielleicht etwas mehr als 30 Mitarbeitern. So viele Menschen sind zumindest auf LinkedIn dem Studio zugeordnet. Wie viele es aber tatsächlich sind, lässt sich nicht so einfach herausfinden, weil es dazu keine aktuellen und supergenauen Zahlen auf ihrer Internetseite gibt. Dort ist auf jeden Fall irgendwann mal die Sprache von 20 Mitarbeitern gewesen, aber das scheint schon einige Jahre in der Vergangenheit zu liegen. Dark Envoy ist bereits ihr zweites Projekt, denn mit Tower of Time erschien im Jahr 2018 ihr Story-basierter Dungeon-Crawler. Die Kernmechanik zeichnete sich durch verlangsambare oder auch pausierbare Echtzeitkämpfe aus, die einen sehr hohen Wert auf taktisches Denken legt. Mit einer Metacritic-Bewertung von 77 scheint es den Leuten auch gelungen zu sein, ein solides Spiel auf die Beine zu stellen. Doch kommen wir zurück zu Dark Envoy. Wir spielen in einer laut Entwickler dunklen Welt namens Yen, in der Mana gefüllte dunkle Technologie die Ordnung der Magie in Schwanken bringt. Als Reliktjäger sind wir in der Rolle eines Geschwisterpaares Malakai und Kaila unterwegs, um mit unserem Luftschiff die Welt nach verlorenen magischen Gegenständen abzusuchen. Während wir das so machen, versuchen wir das beschädigte Luftschiff immer mehr auf Vordermann zu bringen. Das Versprechen der Entwickler deutet an, dass wir mit unseren Handlungen die Entwicklung des weltumfassenden Konfliktes beeinflussen können. Das hört sich erstmal stark nach einer Floskel an, aber lasst uns ein bisschen mehr ins Detail des Gameplays reinschauen, vielleicht erfahren wir dann noch ein bisschen mehr. Während die erwachsen geschriebenen Haupt- und Nebenquests der Story-Kampagne handgefertigt sind, werden die zahlreichen Dungeons zufallsgeneriert und mit eigenen zufälligen Zielen versehen sein. Mittels Luftschiff erkunden wir also die Welt jen, die mit 15 unterschiedlichen Biomen aufwarten soll. Durch diese hohe Varianz an Quests und Dungeons ergibt sich dadurch eine nicht-lineare Spielweise mit einem hohen Widerspielbarkeitswert. Außerdem wird die Welt stetig schwieriger und herausfordernder, je länger wir uns in ihr befinden. Wie genau dieser Schwierigkeitsgrad aber ansteigt, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, vielleicht kommt das in den nächsten Monaten besser heraus. Ob alleine oder im Koop, zu unserer Crew können wir weitere Gefährten anheuern, die uns im Kampf unterstützen. Hierbei gibt es vier Basisklassen, während jede sich nochmals auf vier weitere Spezialisierungen aufteilt. Zu den Basisklassen gehört der Kämpfer, der Ranger, der Ingenieur und der Adept. Die einzelnen Skillbäume der Spezialisierungen können wir nach Berlin mischen, um ein einzigartiges Gameplay zu erleben. Auch mit dem Crafting-System wird es möglich sein, den eigenen Build durch erstellte Gegenstände weiter anzupassen. Damit sollten wohl die meisten Rollenspiel-Stereotypen abgedeckt sein. Auf dem System ihres Ersterlingsprojektes aufbauend, ist auch Dark Envoyes taktisches Kampfsystem in Echtzeit, welches wir entweder verlangsamen oder ganz gar pausieren können. Außerdem soll es gänzlich ohne RNG, also ohne Zufallswerten auskommen. Einzig allein die strategischen Entscheidungen führen zu Sieg oder Niederlage. Zum Schluss legt Event Horizon einen großen Wert auf die eigene Qualität der Produktion. So sind die Animationen gemotion-captured und alle Render-Assets in 4K aufgenommen, was zu einem enorm hübschen Bild zusammengefasst werden soll. Erscheinen soll Dark Envoy noch im Jahr 2022. Erst kürzlich haben sie die Zusammenarbeit für das Publishing mit Asmodee Digital angekündigt, also steht der Veröffentlichung in diesem Jahr hoffentlich nichts mehr im Wege. Ich für meinen Teil bin erstmal vorsichtig neugierig geworden, aber ich bin bei so vielen Spielen vorsichtig neugierig, weil ich einfach viele Spiele gerne mag. Die Welt sieht ganz hübsch aus, die Animationen sehen hübsch aus, die Story könnte was werden, mir gefällt diese Kombination des Geschwisterpaares, die auf ihrem Luftschiff unterwegs sind. Mal schauen, ob der Entwickler Event Horizon am Ende eine tolle, packende, fessende Atmosphäre und Geschichte erzählen kann. Das finden wir aber zukünftig raus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut und bis bald.